Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investmentidee mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Marcel, die Community hat abgestimmt. Ich habe auch persönlich selber Geld investiert. Über welche fünf Unternehmen werden wir heute sprechen? Genau, also es beginnt alles mit JDI Peets. Dann geht es weiter mit Detrade Desk, Nvidia, Baosun. Und zum Schluss schauen wir doch mal, was Booking.com so macht. Oder Booking Holdings. In welche dieser Unternehmen bist du investiert? Ich bin dabei in Detrade Desk und in Nvidia. Und du bist bei Nvidia mit dabei und JDI Peets. Und wie das aussieht, das erfährst du jetzt, weil wir starten jetzt mit Kaffee. Viel Spaß. Wer oder was ist JDI Peets und sie sind der größte reine Kaffee- und Tee-Konzern der Welt, wusstest du, dass sie 2019 rund 130 Milliarden Tasten Kaffee und Tee in mehr als 100 Ländern auf dieser Welt verschenkt, also nicht verschenkt, ausgeschenkt haben. Ja, Wahnsinn eigentlich. Unglaublich. Faszinierende Zahl. 130 Milliarden Tasten Kaffee. Unglaublich. Und davon habe ich die Hälfte gedrungen. Ja, schauen wir uns die aktuellen News an. Wenn man die Aktie gegen am 12.07. Ex-Dividende und dann gab es auch schon Dividende und ich habe die Aktie vor der Dividendenzahlung gekauft, habe da aber gar nicht so drauf geachtet. Aber es war nice to have, muss man tatsächlich sagen. Wir sehen eine große globale Verteilung in den Segmenten und man berichtet auch viel natürlich, ja immer so in verschiedenen Sachen. Also Out of Home, das sind Sachen, die du dir dann mitnehmen kannst. Dann aber auch verschiedene Sachen für den Konsumenten, aber natürlich auch für zum Beispiel Cafés, Restaurants und Bars. Man ist richtig groß aufgestellt. In Europa erzielt man 52% der Umsätze. Dann sehen wir Lateinamerika ist auch noch mit dabei. Russland, Middle East und Afrika mit 14,8%. Die ganze Kaffee, Kätze, Piz steht für 12,6% der Umsätze. Also eine globale, tolle Verteilung, oder? Ja, absolut, genau. Also auch in den jeweiligen Ländern sieht man das auch, dass eine doch recht gute Verteilung dabei ist. Und ja, kann ich verstehen, dass es attraktiv ist. Auf jeden Fall. Wir sehen der TraderFox Qualitätsscore, 4 von 15 Punkten. Aber Achtung, keine Angst, wir haben hier einfach noch nicht genügend Daten, weil das Unternehmen ist noch nicht so lange an der Börse. Und hätte man letztes Jahr, 2020, 1.000 Euro investiert, wären daraus auch nur 781 Euro geworden. Also Durchschnitts-Performance minus 20%. Ich bin gespannt, was sagst du uns denn heute eigentlich zum Chart? Ja, schwierig, denn wie du schon sagtest, nach dem IPO ging es hier stark nach unten, zumindest in die Zeit hinweg. Immer mal wieder keimt etwas Hoffnung auf, weil der Kurs sich stabilisierte. Aber am Ende war das auch immer eine Finte. Nun wurden auch die Widerstände, allein die Unterstützungen durchbrochen. Und das heißt natürlich weitere Abverkäufe. Und ich glaube, die hast du dann auch relativ schnell mitnehmen müssen. Aber jetzt eben ein neues Alternativ und es scheint erstmal zu stabilisieren. Die Frage ist natürlich jetzt, wie sich der Kurs weiter verhält, ob man auf diesem Niveau erstmal weiter in den Boden ausbilden kann oder ob man vielleicht gleich zurückläuft in Richtung 30. 30 Euro sind dann aber auch die jeweiligen Widerstände. Da muss man dann aufpassen, dass man dann nicht gleich wieder abprallt. Das heißt, wenn dann auf die Bodenbildung warten. Schauen wir uns die Peer Group an. Wen hast du uns mitgebracht? Ja, also einmal natürlich Nestlé, die ja auch im großen Kaffeebereich wird sich tragen. Mit 48,1% durchaus erfolgreicher gewesen in den letzten 5 Jahren als Shady Epeats seit dem IPO. Mondulis ist mit dabei, aber sie sind ja auch investiert in Shady Epeats. Halten knapp 25% aller Aktien. Genau, haben auch 36,6% gemacht. Da hätte man natürlich auch noch ein bisschen Schokolade mit dabei. Dann hat man die Kraft Heinz Company. Auch sie verdreiben Kaffee. War natürlich jetzt auch nicht schwierig. Schwierig, die letzten Jahre. Also minus 57,5% tut da natürlich ein bisschen mehr weh als die 24 von Shady Epeats. Ja, dann der ETF wäre natürlich hier in dem Falle die beste Wahl für alles gewesen. Kaffee scheint also hier nicht ganz so die reine Performance gemacht zu haben. Oder Nahrungsmittel allgemein. Ich würde jetzt nicht sagen, reiner Play. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Also machen wir uns nichts vor. Wir haben hier ein reifes Unternehmen. Tatsächlich, man sollte hier das KGV betrachten, das Gewinnwachstum, die Skaleneffekte, den Burggraben. Man hat nach Peter Lynch hier ein Average Grower. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde die Bewertung für 2023, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Und das ist auch mein Investment-Szenario dahinter. Mit 17,2% nicht viel. Die Dividendenrendite schon bei fast 3%. KUV 1,91% und das KBV 1,23%. Also man hat hier die Chance, zum Buchwert reinzukommen. Und deswegen ist es für mich ein Buy and Hold. Ich denke, es ist auch für Buy and Hold Anleger geeignet mit langem Atem. Also man spielt hier wahrscheinlich die Dividende und das Dividendenwachstum. Man hat hier schöne, starke Free Cash Flows. Und als Value Investor ist man hier fast beim Buchwert auch mit investiert. Also man sollte hier nicht erwarten, dass man hier 30, 40% in einem Jahr macht. Obwohl man sagen muss, das höchste Kustziel eines Analysten ist über 60% entfernt. Und ich drücke ihm die Daumen natürlich, dass er recht hat. Du drückst dir selbst die Daumen. Ja. Ich sehe es ein bisschen anders. Also grundsätzlich bin ich bei dir. Buy and Hold Investoren kommen auf ihre Kosten, Dividendeninvestoren, Dividendenwachstum und für Value Investoren super geeignet. Was mir nicht gefällt, warum ich hier auch keinen Kauf sehe, ist einfach, weil mir der Kurs oder der Chart einfach aktuell noch einen negativen Trend darbietet. Ich möchte nicht in negative Trends investieren. Das widerstrebt mir, weil auch da nicht absehbar ist, wie weit es noch runter geht. Und vielleicht wird auch ein KGV von 15 oder 14 irgendwann akzeptiert sein. Das ist halt die Frage. Müssen wir mal sehen. Kann aber jeden verstehen, der eben je nach Investor-Typ, der sagt wie du jetzt zum Beispiel als Value Investor auch durchaus, die Chance nutzt. Und das sind die Prolix. Dann kann ich das natürlich absolut nachvollziehen und auch nur unterstützen. Ich habe es schon gesagt. Ich habe es gekauft bei unserem Werbepartner JustTrade. Und wir sehen hier, ich habe dieses Mal über Web gekauft, also einfach eingeloggt. Und das gefällt uns beiden ja sehr gut. Es gibt das als App und Web-Applikation. Das ist natürlich ganz wichtig. Die Anmeldung hat super schnell geklappt. Die Einzahlung klappt auch innerhalb eines Tages von meinem Konto. Und wir sehen es. Ich habe hier auf der Watchlist JDE Peets. Aber du kannst natürlich dir auch Kryptowährungen kaufen. Ab 50 Euro geht es los. Das ist eigentlich auch eine schöne Sache, wenn man sagt, ich möchte mein Geld vielleicht mal ein bisschen in Krypto parken. Also du kannst auch Bruchstücke kaufen. Wie gesagt, Watchlist geöffnet. JDE Peets. Dann direkt aufgemacht, angeschaut. Mensch, wie sieht es denn eigentlich aus beim Kurs? Order aufgeben. Und dann ist das Schöne, du hast dir die Auswahl zwischen Lang und Schwarz, Quotrix und TheTradegate. Und du siehst ja auch direkt, und das gefällt mir richtig gut, immer den Spread. Genau. Und ich habe gekauft bei Lang und Schwarz Spread 0,06%. Und ab 500 Euro ist das Ganze ja kostenfrei, auch bei JustTrade. Somit direkt ausgeführt, zack, gekauft. Und dann war es auch hier schon mit GFL Environment. Also man sieht es dann auch direkt in der Depotübersicht. Wie gesagt, ich werde hier langfristig halten bei und tot. Ich habe keine Ambitionen zu verkaufen. Und wenn du dich für JustTrade interessierst, schau dir mal den Link in den Shownotes an. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn du eine Anmeldung über diesen Link machen würdest. Jetzt, Aktien-Podcast. Es gab einiges bei uns im Depot. Ja, richtig. Der Rückblick, den haben wir uns einfach nochmal gegönnt. Wie war denn so der Juli? Und da könnt ihr gerne mal reinhören oder reinschauen. Es war natürlich sehr, sehr spannend. Wir hatten doch unterschiedliche Entwicklungen. Teilweise hatten viele Dividenden und so weiter. Also doch ein spannender Monat. Und wichtig, nächste Woche bist du im Urlaub. Es gibt eine ganz andere Aktien-Podcast-Woche nächste Woche. Was bedeutet das? Wir nehmen ja unser Geld von Modern Value Investing und investieren das. Also du siehst es ja auch in unseren Videos, wo wir auch wirklich transparent investieren. Und wir werden das noch transparenter machen, weil unsere Modern Value Investing Holding, sie wechselt einfach. Wir haben einen richtig tollen neuen Werbepartner auch mit Companisto. Haben jetzt auch das erste Mal in ein Start-up investiert als Angel-Investoren. Und über dieses ganze Konstrukt, unsere Holding, was wir vorhaben, wo wir hingehen. Und wie gesagt, völlig transparent. Du wirst erfahren, wie viel wir investiert haben, wie viel in der Holding ist. Wie auch die Rendite ist. Das erfährst du alles nächste Woche in unserem Sonder-Podcast. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu The Trade Desk. Du bist investiert, was machen sie? Ja, The Trade Desk ist Spezialist, um Werbung perfekt in die verschiedenen Kanäle zu streuen. Und da auch den Endkunden gezielt, auch die Daten getrieben, auch zu erreichen. Und das ist natürlich ein Mehrwert, den viele Kunden von The Trade Desk auch wirklich nutzen und schätzen. Weshalb natürlich hier auch ein gewisser Burggraben mittlerweile da ist und auch eine gewisse Größe erreicht ist, um weiterhin stark zu wachsen. Und das zeigen ja auch die Zahlen. Also ich finde das ein sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Vor allem, weil wir jetzt in den Quartalszahlen gesehen haben, dass die Werbeerlöse immer weiter steigen. Sogar enorm outperformen. Das haben wir bei Twitter gesehen, bei Snap, natürlich auch bei Facebook, bei Pinterest an sich natürlich, wie sie die Zahlen umgesetzt haben. Und Alphabet hat man das ebenfalls gesehen. Also hier wird man wahrscheinlich auch jetzt dann nächste Woche mit den Quartalszahlen durchaus Freude haben können. Was sind die aktuellen News? Con Viva arbeitet jetzt mit The Trade Desk zusammen und sie werden anfangen im Streaming-Bereich. Also dass du vielleicht gar nicht mehr für was für Streaming bezahlen musst, sondern du kriegst personalisierte Werbung auf den Kontext bezogen. Also das heißt, du guckst dir eine Serie an, die dich interessiert und dann kriegst du dank The Trade Desk auch noch personalisierte Werbung. Ich frage mich, wie das beim Haus des Geldes zum Beispiel aussehen würde bei Netflix, was du dann da für Werbung kriegst. Welche Bank darf ich überfallen? Ja, also coole Sache. Macht das Ganze natürlich auch total effizient, muss man tatsächlich sagen. Wenn du auf einmal die Möglichkeit hast, dann vielleicht nur drei oder vier Werbespots zu sehen, die dich auch interessieren, anstatt irgendwelche Shampoo-Werbung gegen Haarausfall, was wir ja gar nicht als Problem haben. Obwohl du E-Klatze hast. Genau, also das ist, muss man tatsächlich sagen, macht auf jeden Fall Sinn. Und The Trade Desk ist hier einfach hervorragend positioniert. Das wurde auch in diesem Artikel beschrieben. Wir sehen, es gibt nur ein Segment. 100% der Umsätze werden Cloud-basiert auf dieser Cloud-Plattform erzielt. Wir haben einen Wachstumscore von 15 Punkten. Das EPS-Wachstum von Quartal zu Quartal wird ein bisschen bemängelt. Okay, der Trend beim Chart, das sagst du uns gleich, aber wir sehen auch hier, Durchschnitts-Performance in den letzten fünf Jahren 98%. Leute. Das macht Spaß. Das muss man erstmal schaffen in fünf Jahren. 2016, 1.000 Dollar investiert, wären daraus 27.940 Dollar geworden. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Und deswegen kommen wir jetzt auch direkt zum Chart. Was sagst du uns denn hier? Genau, also wir hatten natürlich hier eine große Übertreibung. Das Allzeithoch, was wir hier Mitte im Bild sehen, das war schon, ich sag mal, auch fundamental nicht mehr tragbar. Aber es hat natürlich auch die Aktie ja in Stocken geriert, also das ist der Aufwärtstrend. Und dann gab es erstmal stärkere Abverkäufe und natürlich auch die Nachricht, dass man, naja, die Cookies so an sich abschaffen möchte. Aber da hat man nicht ganz die Rechnung mit Trade-Desk gemacht. Die haben ja eine Alternative zu den Cookies. Und deswegen ist das Datentracking jetzt, was Alphabet so ein bisschen abschaffen möchte, auch gar kein Problem für die Trade-Desk. Die haben andere Lösungen und können da, ich sag mal, vielleicht so die Nische nutzen, um dann noch besser und noch effektiver zu arbeiten. Dann gab es diesen Aktien-Split. Endlich ist die Aktie einzeln nicht mehr so teuer. Auch das gibt natürlich Auftrieb. Und dann gab es eben den Ausbruch. Also wir haben hier die grüne Fläche, das war so das Zwischentief. Ab da ging es dann wieder nach oben. Es war dann auch zu sehen, dass das die Hochs von den vorangegangenen Aufwärtstrend war. Und ab da konnte man schön einsteigen, beziehungsweise dann auch bei dem Ausbruch dort einfach dann die Position aufbauen. Und jetzt aufgrund dieser Zahlen von Twitter und Snap ging es dann eben hier auch nochmal einfach richtig stark nach oben. Man hat gesehen, der Markt nimmt vorweg, dass der Trade-Desk ebenfalls erfolgreich sein wird auf diesem Markt. Und wird tolle Quartalszahlen wahrscheinlich präsentieren können. Und die letzten Tage waren mit relativer Stärke doch sehr auffällig, wo der Gesamtmarkt doch manchmal ein bisschen hin und her lief. Ist der Trade-Desk prinzipiell nur gestiegen. Das ist eine relative Stärke, die auch für die nächsten Wochen sprechen könnte. Dann drücken wir natürlich dir und allen Investierten die Daumen, dass das so kommt. Wen hast du uns als Peer Group mitgebracht? Ja, also die Trade-Desk mit 2.614% natürlich in den letzten 5 Jahren wirklich unfassbar stark. Aber ziemlich schwach im Vergleich. Ja, aber richtig schlecht im Vergleich zur Digital-Turbine, die halt wirklich richtig gassig gegeben haben mit 5.460%. Unfassbare Performance, muss man aber auch ein bisschen aufpassen. Auch die können natürlich hier und da immer mal ein bisschen volatiler sein, sind auch nicht ganz so groß. Da muss man auch immer ein bisschen schauen, wo da hier der Platzhirsch ist. Magnite, auch trotzdem eine sehr gute Performance von 412%, auch noch nicht ganz so lange an der Börse. Deswegen hier auch etwas abschlagen. Insgesamt kann man aber der Trade-Desk auch in einem ETF finden, in dem iShares Edge MSCI USA Size-Faktor mit 0,5% fast. Nicht ganz so riesig gewichtet, aber hat auch immerhin in 3 Jahren 50,5% gemacht. Also all das hätte natürlich den MSCI World aufgrund natürlich des riesigen Wachstumsmarktes, Apps. Wahnsinn. Wahnsinn, was möchte man eigentlich mehr? Und wir haben hier ein Wachstumsunternehmen. KUV-Bewertung, Umsatzentwicklung, Rule of Forti beachten, die Margenentwicklung. Das ist alles wichtig, das muss in die richtige Richtung gehen und das tut es auch. Wir haben hier einen Fast-Grower nach Peter Lynch, bedeutet das einfach Buy and Hold. Vielleicht nicht eine zu große Depot-Position, wenn man mit Wachstumswerten nicht so klarkommt. Wir sehen die Bewertung für 2023, KGV 155 obsolet, KUV 22, puh, auch ziemlich teuer. Also hier muss man wirklich von Skaleneffekten ausgehen. Man muss an sie glauben und dann könnte die Bewertung in Ordnung sein, weil man sagt ja einfach Buy and Hold. Und das ist auch unsere Meinung, oder? Ja, genau. Also klar, das KGV ist hoch, aber es ist nicht die richtige Kennzahl, um solche Wachstumswerte einzuarbeiten. Und eher KUV ist natürlich mit 22 wirklich sehr hoch. Hier muss man aber wirklich berücksichtigen, dass dieser Markt insgesamt extrem wächst und sich immer weiter kanalisiert auf die Sonnenstränge. Da wird natürlich der Traders sehr wahrscheinlich davon profitieren. Davon geht der Markt schon aus. Es ist also schon viel mit eingepreist. Ja, Buy and Hold Trading hat man gesehen. Es lohnt sich auch. High-Crow sowieso. Und wir sind beide überzeugt, Buy and Hold lohnt sich. Schauen wir uns als nächstes Nvidia an. Und sie sind weltweit führend im Design, in der Entwicklung und im Marketing von programmierbaren Grafikprozessoren. Sie wollen ja auch noch ARM mit übernehmen, auch ein Riesending. Wir haben uns das mal ein bisschen genauer angeschaut. Softbank gehört ja ARM. Und wenn jetzt Nvidia Softbank, also ARM übernimmt von Softbank, würde Softbank der größte Anteilseigner mit über 10% von Nvidia werden. Und das wäre natürlich eine Win-Win-Situation. Tolle Sache, gefällt mir richtig gut. Und auch Godmode Trader hat geschrieben, Rekordhoch, langfristige Ziele sind in Reichweite. Nvidia schafft es zu liefern. Chart-technisch soll es hier kein Halten geben, aber wir wollen dir ja nicht vorweggreifen. Richtig, genau. Aber noch eine andere News, die es noch mal reinkam, dass vor allem die schlesische Regierung hier die Übernahme von ARM etwas erschweren wird. Also sie haben schon die ersten Vetos reingelegt, weshalb es hier sich noch ein bisschen ziehen wird. Wen wundert es. Das ist eine nicht so gute Nachricht insofern. Schauen wir uns jetzt an die Segmente. Es gibt zwei Segmente. Graphics, also das sind die Grafikkarten und dann natürlich Computer Networking. Da sind zum Beispiel auch die Rechenzentren mit dabei. Und das ist ein riesen Wachstumsfeld, in dem sie hier tätig sind. Und sollte das mit ARM durchgehen, dann haben wir hier noch mal viel mehr Potenzial. Aber ich sehe auch ohne ARM sehr viel Potenzial. Was sagst du uns zu den Umsätzen je Region? Ja, also hier sind wir natürlich Asien lastig mit Taiwan und China. Das sind nun mal die Chips, die da hinkommen. Dann natürlich noch andere asiatische Staaten. Auch das noch ein größerer Teil mit fast 20%. Europa 18,5% und alles andere mit 6,7% bzw. 5% dann ja wieder vernachlässigbar. Also von Größen relativ. Wir haben Wachstum in allen Regionen hervorragend. Genau, das ist auch ein guter Punkt. Hier wird ja auch noch Computerchips, also CPUs werden ja noch mit hergestellt. Und ich sage mal, insgesamt hat Nvidia so viele Bereiche, wo sie den Fuß fassen. Und wenn man überlegt, dass alleine nicht nur die Cloud wächst, sondern auch der Allgemeinverbraucher bis hin zu den Unternehmen, die so viel mehr Daten, das wirklich exponentiell ansteigende Anzahl an Daten, natürlich auch dementsprechend Speicherplatz benötigen und diese irgendwo speichern müssen. Dann ist das ein Markt, der sich noch weiter vervielfachen wird. Und Nvidia ist da super positioniert. Die Rechenzentren werden Gas geben, die ganzen Mobile, die man braucht, die ganzen Gerätschaften. Also all das wird hier. Und wenn das autonome Fahren noch kommt, wenn Nvidia da mit groß drin ist, wird das sicherlich auch nochmal ein Push sein. Also ich bin schon sehr überzeugt davon, dass Nvidia langfristig Gas geben wird. Wachstumscheck 14 von 15 Punkten. Spricht für sich 49% auf dem Niveau jedes Jahr. Und das ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. 1000 Dollar investiert, wäre man jetzt schon halber Millionär. Und das kann man selten sagen, weil 1999, dann haben wir 2000 die Dotcom-Blase. Und die meisten, die in diesem Ranking sind, vor der Dotcom-Blase, haben meistens sogar, naja, eher nicht so viel Performance erzielt, weil dazwischendurch halt ein riesen Gap war. Aber hier zeigt das eigentlich alles aus. Was sagst du uns heute zum Chart? Ja, nach einer langen Seitwärtsphase, die wir ja auch lange auch beobachtet und ich sag mal auch davon berichtet haben, auch im Chart-Check, gab es dann endlich den Ausbruch. Endlich gab es den Ausbruch und dann natürlich so eine Art Neubewertung. Also ging es dann halt ordentlich nach oben. Neues Allzeithoch wurde gebildet. Davon jetzt ein Rücksetzer, ganz normal nach einem starken Anstieg. Den hat es hier gehalten. Ich könnte mir vorstellen, dass auf diesem Niveau jetzt die Aktie noch ein bisschen seitwärts läuft. Vielleicht auch bis die Armübernahme wirklich entschieden ist, bis das endlich durch ist. Kann das jetzt ein paar Wochen dauern. Andererseits kann natürlich auch sein, dass es bloß eine kurze Phase ist, dass es trotzdem noch weiter geht in dieser Neubewertung. Nach dem Aktie-Split ist die Aktie ja optisch nicht mehr teuer. Gut, insgesamt natürlich die Bewertung trotzdem hoch. Werden wir gleich nochmal schauen. Aber wir werden es jetzt beobachten, ob dieser Widerstand beim Allzeithoch hält und dann eine Seitwärtsphase sich dann darauf folgen wird oder ob es neue Allzeithochs geben wird. Das werden wir erst in den nächsten Wochen erfahren. Wir haben als Peergroup AMD ganz klassisch mit auch 1.345% jetzt nicht weniger zu bieten, muss man sagen, sondern sogar mehr. Intel mit 45,2%, naja, mit den bekannten Schwächen, die Intel eben jetzt aktuell offenbart. Qualcomm mit 124,3%, auch natürlich ein Platzhirsch, die auch sehr stark von dem 5G-Trend profitieren. Das haben sie auch in den letzten Quartalszahlen einmal mitgeteilt. Im FunEc Vectors Semicontaktor mit 10,71% ist Nvidia natürlich schon ein Big Player da drin. 20,9% in 6 Monaten. Seitdem gibt es eben diesen ETF. Kann man also auch machen mit 6 Monaten 20%. Gibt es Schlimmeres. Ich finde auch den ETF super geeignet für jeden, der sagt, ich möchte mich da gar nicht festlegen in dem Bereich. Toll. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen und wir sehen auch, es gibt hier eigentlich nur, wir sind investiert. Also deswegen ist unsere Meinung bei entholt. Ich glaube, wir denken beide nicht ans Verkaufen, oder? Nein, genau. Also die Rallye war schon gut und die wird auch weiterhin interessant bleiben. Klar ist die Marktbewertung an sich nicht tief. Ja, das KGV 45,2, aber man muss halt das Wachstum berücksichtigen, die ganzen. Und hier spielen wirklich viele Fantasien. Und es ist nicht nur eine Fantasie, die einen Weg findet, sondern wirklich viele Wege in vielen verschiedenen Bereichen. Weshalb ich hier wirklich von einem sehr, sehr starken, auch langfristig starken Performance ausgehe. Bei entholt Einleger kommen ja auf ihren Kosten. Trader und auch High Growth Investoren werden hier bedient. Jetzt gehen wir nach China. Die wollen das ja ganz plonkieren. Marcel, Stifte hat ja jeder und kennst du das, wenn du einen Stift hast, der nicht gut aussieht, nicht gut in der Hand liegt und im schlimmsten Fall nicht gut schreibt? Ja, das kenne ich absolut. Dann hat die Firma Hörner aus Dresden für dich heute eine Lösung. Zum Beispiel mit hochwertigen Schreibgeräten, Designkugelschreibern und Tintenrollern und edlen Füllern. Hörner bietet dir beste Qualität und ein Statussymbol zum erschwinglichen Preis. Was ist ihnen wichtig? Kundenzufriedenheit steht an oberster Stelle. Qualität. Ihnen ist dein Wohlbefinden wichtig. Die richtige Mine macht's. Die Hörner-Minen überzeugen mit ihrer Langlebigkeit. Dazu gibt es ein edles, dezentes und doch aussagekräftiges Design. Das klingt interessant. Wo finde ich diesen? Ganz einfach. Du findest diesen auf www.hörner-group.de und natürlich gibt es den Link wie immer in den Shownotes. Und deswegen schauen wir uns mal Bausuden an. Bausuden ist eine Holdinggesellschaft, die hauptsächlich E-Commerce-Dienstleistungen anbietet, zu vergleichen mit Shopify. Wir sehen aktuell 17% ging es nach unten. Es gab einen ordentlichen Downgrade auch von der Credit Suisse und ja, was soll man dazu sagen? Chinesische Aktien sind einfach eher volatil. Man hat aber den Vorteil, man zahlt nicht so viel. Also vom preislichen her, wenn man Shopify mit Bausuden vergleicht, das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber die Bewertung ist eine ganz andere. Wir sehen auch hier dieses ganze Thema der Online-Shops steht für 55% der Umsätze. Dann haben wir den ganzen Service dazu mit den Produkten. Diese stehen, also die Produkte für 44%, 100% der Umsätze werden in China erzielt. Und es gibt aufgrund dieses Rücksetzes aktuell kein Trader-Fox-Ranking. Aber das Wachstum ist eigentlich wirklich gut. Aber dann schaue ich mir diese Durchschnitts-Performance an. 8%? Das ist ja nichts. Ja, das stimmt. Also hat den Markt gerade so mitgenommen, wenn man so möchte. Aber auch nur, wenn man die 5 Jahre dabei war. Denn in den letzten 3 Jahren ging es halt eigentlich nur ab. Das liegt daran, dass man einen wirklich recht stabilen Abwärtstrend sehen. Der ist zwar nicht wahnsinnig dynamisch, aber er zieht sich halt so dahin. Wahnsinn. Und deswegen ist die Bewertung ja auch wirklich spottbillig. Müssen wir nicht drüber reden. Aber werden wir auch gleich nochmal sehen. Nur, muss man halt hier mal sagen, natürlich sind hier diese politischen Risiken einfach ein Thema. Das haben wir jetzt auch gesehen bei Tal Education, New Orantia. Und die alle haben das Problem, dass ihre Geschäftsmodelle plötzlich nur obsolet sind. Das ist ein Riesenabschlag. Wenn einfach die chinesische Regierung sagt, nee, dann nee. Es erschüttert an Vertrauen für den asiatischen Markt. Deswegen muss man hier überzeugt sein und vielleicht auch die Position nicht zu groß wählen. Sagt das unser Chart heute auch? Ja, also schön damals gab es ja diesen Ausbruch. Der Kurs ist ja hier über diese orange Linie oben drüber. Dann gab es richtig Dynamik. Die Aktie bis 55 hochgedonnert. Und dann kam auch der Rücksetzer. Aber, dass die Aktie wieder zurückfindet in diesen Abwärtstrend. Das lerkt natürlich dann vor allen Dingen an den politischen Risiken, was eben mit Alibaba passiert ist. Dann natürlich auch mit anderen. Und auch Baosun ist natürlich hier nicht gefeit worden. Deswegen gab es diesen Abverkauf. Und jetzt dann eben nochmal stärker bei 30. Die Unterstützung hat nicht gehalten aufgrund des... Also natürlich Kursziel wurde einmal gekappt. Dann natürlich diese wirklich katastrophalen Ereignisse mit Tal Education und New Orantia. Auch da starke Abverkäufer. Hat natürlich auch Baosun mit umgeschlagen. Vor allem, weil sie auch mehr kooperieren jetzt mit Alibaba. Was natürlich auch wieder so ein bisschen aussieht wie... Moment, hier ist ein bisschen Monopol. Trotzdem muss man eins sagen. Bewertung super. Chart-Technik Unterstützung hat gehalten. Wir sehen das hier in dem coolen Bereich. Dort kamen die Käufer wieder hinein. Haben den Kurs gestützt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass hier erstmal eine Gegenbewegung kommt. Trotzdem gehe ich davon aus, dass jetzt dieses Tief nochmal gesehen wird. Das heißt, wer jetzt sagt, okay, ich warte lieber, bis der Kurs auspendelt. Nach so einem starken Abverkauf kann ich auch verstehen. Für Trader insofern natürlich geeignet, um hier mal kurzfristig viel Prozent mitzunehmen. Denn von der Basis bis hoch zur orangen Linie sind hier doch einige Prozent, also fast 40 Prozent drin. Kann man durchaus mal überlegen. Langfristig würde ich aber warten, bis dieser Abwärtstrend wirklich nachhaltig durchbrochen ist. Haben wir zwar schon einmal gehofft, aber dann waren es halt politische und nachrichtengetriebene Abverkäufe. Die kann man halt nicht vorhersehen. Wir haben als Peergroup Shopify fast 4.000 Prozent. Und ich hätte sie mitgenommen, zumindest einen großen Teil davon, wenn ich einfach investiert geblieben wäre. Habe dann aber eben zu früh verkauft. Plus 38,7 Prozent Baosun. Man sieht, ja, an sich in fünf Jahren ist es halt eben jetzt keine wahnsinnige Performance. Haben leider keinen Branchen-ETF zu Baosun. Und ja, schon unglaublich. Ist natürlich schon ein bisschen... Nichtsdestotrotz, tolle Bewertung. Wachstumsunternehmen ist hier tendenziell immer noch. Man wächst über 10 Prozent. Ja. Aber die Bewertung, 2023, 11er KGV, 0,72 KUV, KBV, 1,42 und eine Dividende soll es auch geben. Nichtsdestotrotz, ich lege mich fest, für mich ist es kein Kauf. Zu viel politisches Risiko. Du sagst Bayern Tolt. Genau, also wer überzeugt ist und da rein möchte, Bewertung und gerade bei der Bewertung, wenn das zusammenkommt, so eine Bewertung mit der Überzeugung, dass Baosun langfristig auch trotzdem auf dem chinesischen Markt nicht der Regulatorik unterliegt und erfolgreich sein wird, dann ist das eine Aktie zum Kaufen und Liegenlassen. Eine Bayern Hold, haben wir hier das Kreuz jetzt nicht mit dabei, bei Bayern Hold. Natürlich muss man die Risiken auch immer wieder mal reflektieren, was so an die letzten Aktionen der Regierung gehört hat. Ich glaube, man kann hier einen sehr, sehr langen Atem gebrauchen. Man braucht definitiv einen langen Atem, hat man ja schon, seit 2018 ist dieser Abwärtstrend. Also, ja, man braucht definitiv oder kann definitiv einen langen Atem brauchen und vielleicht kann man auch immer mal darüber nachdenken, früh mal Gewinne mitzunehmen. Schauen wir uns als allerletztes Booking.com an die Booking Holding, ehemals Priceline Group, ist ein Anbieter von Online-Reservierungen für Reisen und Restaurants und den damit verbundenen Dienstleistungen. Open Table gehört Ihnen auch. Wahnsinn, also ein Riesenunternehmen. Was sind die aktuellen News? Sie wollen jetzt eine eigene Zahlungsabwicklung starten, weil das ist natürlich eine Marge, die muss man nicht teilen und möchte man natürlich auch nicht teilen. Und dann kann man natürlich auch dadurch auch schöne Dienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel Versicherungen, etc. Bei PC, PP. Also Upselling ist hier auf jeden Fall mit dabei. Wir haben hier einen Großteil der Umsätze, machen tatsächlich auch noch die Reisebüros, die zum Beispiel Booking.com auch nutzen. Und das, da war ich doch ein bisschen überrascht, oder? Ja, absolut, klar. Also das ist ja doch viel Online-Geschäft gewesen, aber auch hier muss man sagen, nimmt natürlich dann die Agency die Plattform in Anspruch. Dann haben wir natürlich die Merchants, also auch noch die Zwischenhändler mit dabei. Und wir sehen, es ist eine Holding, die ist in den Niederlanden auch wahrscheinlich ziemlich groß vertreten mit 77,5% aller Umsätze, werden nämlich aus steuerlichen Gründen in den Niederlanden erzielt, muss man einfach tatsächlich mal so sagen. Wir sehen den Qualitätsscore 10 von 15 Punkten, 15% im Schnitt in den letzten 10 Jahren ging es nach oben, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Umsatzwachstum natürlich pandemiebedingt komplett eingebrochen. Ja, genau. Und das ist natürlich ein Einmaleffekt, der ist, tut weh, keine Frage, aber man muss ja auch sagen, die Aktie ist ja wohl erholt aus diesem Tief schon rausgekommen, nimmt vorweg, dass Booking wahrscheinlich zu den Gewinnern gehören wird, weil natürlich auch viele Reisebüros nicht gemacht haben. Ja. Konkurrenten, TUI kämpft ja eigentlich schon mehr ums Überleben, wir sind tatsächlich am finanziellen Ressourcen sichern. Also insofern wird der Markt eigentlich nur zugunsten von Booking Holding sich entwickeln und deswegen muss man sagen, es ist trotzdem eine sehr gute Performance und hier ist wahrscheinlich auch noch einiges drin. Auf jeden Fall. Schauen wir uns den Chart an. Was sagst du? Frisch ausgebrochen, lieber Philipp. Sehr gut. Sehr gut, aber genau, also nachdem das Allzeithoch gebildet wurde, gab es erstmal eine Weile so ein bisschen Abverkäufe, Gewinnmitnahmen und jetzt kann eben mit einem Schub plötzlich ja, der Ausbruch, den kann man jetzt nach dem Rücksetzer, meistens wird ja diese Linie von oben nochmal bestätigt, das sehen wir jetzt schon im Ansatz, denn am letzten Handelstag ging es schon ein Ticken wieder runter, wird wahrscheinlich jetzt nochmal auf diese gelbe Linie treffen, um dann quasi nach oben durchzuziehen. Finde ich gut, schöner Punkt zum Einsteigen, zumindest jetzt noch ein paar Tage warten, dann hat man ein ganz gutes Timing erwischt wahrscheinlich. Schauen wir uns die Peer Group an. Ja, 53,9% erstmal Booking selber, TripAdvisor hat jetzt nicht so gut performt, hat sich halbiert, Expedia mit plus 30%, jetzt sicherlich auch nicht der Verlierer, TUI fast auch halbiert, ist jetzt auch nicht gerade das, was man unbedingt haben muss. Airbnb habe ich bewusst weggelassen in dieser Peer Group, ganz einfach, weil sie auch nicht das gleiche Geschäftsmodell unbedingt haben. Also wir haben Schnittmengen, keine Frage, es geht auch ums Reisen, also der gleiche Bereich ist zwar angeschnitten, aber jemand, der ein Airbnb mietet, ist jetzt nicht unbedingt der typische Hotelwohner von Bookings. Deswegen, man kann auch beide spielen und ich glaube, man hat dann trotzdem beides gut abgedeckt. iShares, S&P 500, Consumer habe ich hier mit 2%, die Bookings gefunden, 125,3%. Ziemlich stark, eigentlich ziemlich gut. Für einen ETF. Also was mir tatsächlich überhaupt nicht gefällt, ist bei diesen ganzen Unternehmen, TUI, Expedia, TripAdvisor, Booking. Die haben ein so hohes Marketingbudget, die kloppen sich darum, auf Google ganz oben zu stehen, wenn du irgendwas suchst. Wenn man Reisen suchst, ja. Ja, also die Marketingausgaben sind sehr hoch. Wir haben hier tendenziell noch ein Wachstumsunternehmen langfristig gesehen, aber auch schon ein reifes Unternehmen. Das sehen wir auch hier. KGV für 2023, nicht mehr wirklich teuer von 20. Nichtsdestotrotz ist es für mich kein Kauf, liegt aber tatsächlich daran, ich finde die Marketingausgaben zu hoch. Ich würde eher mit Airbnb gehen. Das ist, weil du gehst, wenn du irgendwo hinreisen willst, gehst du glaube ich tendenziell eher zu Airbnb und sagst, also wenn du sagst, Airbnb gefällt mir, mir gefällt das, was zu mieten, eine Partner zum Beispiel, dann Haus, eine Wohnung, dann gehst du direkt zu Airbnb, aber ich glaube, wenn man vergleicht, wenn du jetzt sagst, ich suche ein Hotel, dann vergleichst du. Dann bleibst du nicht nur, also vielleicht steuerst du direkt Booking an, aber du guckst nochmal, TUI, Expedia, die ganzen Vergleichsplattformen. Das ist ein riesen Vorteil, welches Airbnb einfach hat, im Vergleich zu den anderen und deswegen würde ich den Weg eher mit Airbnb gehen, weil ich hier langfristig größere Wettbewerbsvorteile bei Airbnb sehe als bei einer Booking. Ja, kann ich absolut nachvollziehen, würde ich sogar so unterschreiben. Also ich glaube auch jemand, also auch so auf meinem Reiseverhalten, wenn ich ture, suche ich tatsächlich, wenn ich jetzt kein Airbnb möchte und ein Hotel möchte, suche ich auf mehreren Plattformen. Du hast recht, also die Chance abzuwandern ist recht hoch. Es ist, am Ende entscheidet dann vielleicht auch einfach der Preis und das, was man dafür kriegt. Und da muss es jetzt nicht Booking sein, keine Frage. Also da bin ich völlig bei dir. Ansonsten kann ich jeden verstehen, der das ganze Reisebranche bei beiden Aktien spielen möchte, für die abzudecken, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man bei Booking rauskommt, trotzdem noch recht hoch ist. Andererseits mit Airbnb natürlich als, ich sage mal, Sonderreiseaktie da durchaus Sinn macht. Finde ich richtig, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es als nächstes sein, aber nicht nächste Woche, weil der liebe Marcel wird im Urlaub sein. Deswegen werden wir dir unsere MVI Holding nächste Woche im Podcast vorstellen, das haben wir schon gesagt. Und es wird keinen Aktiencheck geben, sondern die Umfrage ist jetzt für den Aktiencheck in zwei Wochen. Kommt nichtsdestotrotz gern in unsere Facebook-Gruppe, stimme mit ab, folge uns auf Instagram. Und ja, nächste Woche gibt es mal wieder 10. Post, 2 Meinungen. Da haben wir auch ein bisschen was geändert. Wir haben ja enorm starkes Feedback bekommen, womit wir selber gar nicht so gerechnet haben. Also da haben wir, Dankeschön. Und wir werden nicht nur sagen, Mensch, was würden wir austauschen, sondern wir werden euch zwei Unternehmen mitgeben, die in dieses Depot für uns gehören würden als Position 11 und 12. Und jetzt gibt es natürlich wie immer vor deinem Urlaub nochmal 10.000 Euro, die du dir jetzt nochmal schön verbraten darfst. Ja. Und wir starten mit J.D. Pizzo. Du bist nicht dabei. Nee, weil ich habe 10.000 Euro, nehme ich ja in Urlaub mit, da kann ich natürlich jetzt nicht investieren, das ist ja ganz klar. Ah, The Trade Desk. Ich 1.000, du 2.000, The Trade Desk. Ich will auf jeden Fall noch rein. Ist mir dann auch egal, wie die Bewertung ist, muss ich tatsächlich auch sagen. Schauen wir uns Nvidia an. Wir sind beide investiert. Tolles Unternehmen. Baosun. Ich habe schon gesagt, China ist für mich nichts. Emerging Markets. Genau. Also ich würde das als Spekulation mitnehmen. Natürlich eher auch als Trade, nicht unbedingt als Buy and Hold Title. Einfach, weil ich sehe die Grenze des Abwärtstrendes und solange die nicht durchbrochen ist, würde ich dann einfach gewinnen und relativ schnell wieder mitnehmen. Booking Holdings. Ich auch. Lieber Airbnb bin ich auch tatsächlich am überlegen. Ach, ich habe ja gesagt, ich will eigentlich weg von diesem ganzen Tech. Aber es gibt noch so viel. Ja, das ist aber das Schöne, weil wir sehen es auch hier, wie der Großteil, ich bin im Großteil in ETFs investiert, von der Depotposition, von der Größe her. Und deswegen kann man dann immer sehr schön sich auch irgendwo mal was rauspicken, was einem gefällt. Und jetzt kommen wir zu unserem Wikifolio, Marcel. Und du musst durch. Wir werden JD Peets ins Wikifolio kaufen. Minus 2,4% ging es nach unten. Fresenius hat uns in zweieinhalb Monaten gute 3% beschert. Freuen wir uns drüber. Ist auch in Ordnung. Das gibt es nicht bei Olaf Scholz und seinem Tagesgeldkonto. Und du wirst sehen, du wirst es nicht bereuen. Okay. Ich bin sehr gespannt. Liebe Investoren, danke, dass ihr investiert seid. Jetzt schau dir nochmal sehr, sehr gerne unseren letzten Aktienpodcast an. Wie gesagt, Depotrückblick Juli. Wir haben acht neue Unternehmen in unseren Depots. Und schau dir nochmal den letzten Aktiencheck von letzter Woche an. Und dann bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Hab einen schönen Urlaub. Danke. Und bis dann. Ciao.